Mein Krustenbraten. Kleines Stück für Paul, großes Stück für mich. Ne, ne, war nur Spaß. Na, ist er auch da, ja? Aber ich hab nichts für Paulchen. Habe nichts. So, mein Sauerkraut. Für Pfingsten. Alles fertig schon. Das ist mein Krustenbraten. Alles schon zurecht geschnitten. Und das ist der Rest. Den esse ich in den Kartoffelsalat. Ja, und meine Aldi-Erdbeeren. Die muss ich erst mal zurecht machen, ne? Ach, die sehen herrlich aus immer. Schöne Dinger. Aldi hat die besten Erdbeeren. Paulchen wieder auf lauer Stellung, ne? Der kleine Paule. Der kleine Paule. Vielen Dank.